Moin Freunde und ein kräftiges Ahoi aus Waren an der Müritz hier im Dock 10 Fisch und Meer. Heute haben wir unseren Räucherofen wieder ordentlich zum Glühen gebracht, haben fleißig vakuumiert, damit es bei euch zu Hause genauso frisch auf dem Teller landet, wie es bei uns aus dem Rauch kam. Dann ging es auch schon direkt weiter in die Theke, sodass wir uns nebenbei um unsere Marinaden kümmern konnten. Heute gab es wieder lecker Bismarck-Hering, Sherry-Matjes sowie unsere traditionellen Nordsee-Krabben. Ja, und by the way kann ich vielleicht noch erwähnen, dass es in den nächsten Tagen hier eine kleine Erneuerung geben wird auf Produktebene. Ich bin selber gespannt, noch sind wir etwas am Tüfteln, aber ich werde euch auf jeden Fall bei der Produktion mitnehmen. Und bis dahin öffnen wir uns vielleicht noch eine kleine Flasche Wein, dann ist die Welt in Ordnung. So muss es sein.